Servius Thallius war der Sagenacht der sechster König Roms. Seine bloßen Existenz wird von der Fachwissenschaft meist nicht bestritten. Allerdings sind kaum zuverlässige historische Informationen über ihn bekannt, zumal sich manche Quellen auch widersprechen. So ist auch die Datierung seiner Lebenszeit zweifelhaft. Übereinstimmend wird allerdings berichtet, dass er später als der beliebteste aller römischen Könige galt. Servius Thallius war der Sohn eines Adligen aus der Sabiner Stadt Corniculum, dessen Vater im Kampf gegen Rom gefallen war. Er und seine Mutter Okresia wurden als Gefangene des Königs Tarkinius Priskus nach Rom gebracht, wo sie gemäß ihrem Stand behandelt wurden. Da aber ihr Sohn in der Sklaverei geboren wurde, nannte Okresia ihn in volksetymologischer Ableitung von Lateinisch Servus ist gleich Sklave Servius. Derselben Sage nach zeigte sich über dem Kopf des jugendlichen Servius Thallius eine Flamme, die die Gemahlin des Königs die Etruska in Tanakvil als Zeichen seiner zukünftigen Herrschaft deutete. Servius wurde mit der ältesten Tochter des Königs verheiratet und Tanakil war es dann, die nach der Ermordung des Tarkinius Priskus angeblich im Jahr 578 v. C.H.R. durch List die Thronbesteigung des Servius Thallius ermöglichte. Nach einer anderen überlieferten Fassung von dem Kaiser Claudius, der sich mit der Geschichte der Etruska beschäftigte, die auf einer Bronzetafel in Lyon gefunden wurde, war Servius Thallius ursprünglich ein Etruska aus Vulki namens Megstana. Nach dieser Geschichte hieße der römische Hügel Kelius nach seinem Freund Kelius Weibner. Beide Namen finden sich in den Malereien eines etruskischen Grabes in der Nekropole von Vulki, wo dargestellt ist, wie Megstana sein in die Hände von Feinden gefallenen Freund befreit, während seine Kampfgefährten diese, darunter einen C.N.V. Tarchunis Romach. Gneus Tarkinius aus Rom, Niedermetzeln. Servius Thallius soll sich sehr um das Wohl des Staates gekümmert haben. Angeblich teilte er das römische Volk in fünf Klassen mit 193 Cent-Scherien ein, wobei die bisher nicht stimmfähigen Armen die unterste Klasse und die reichen Patrizier die oberste Klasse bildeten. Die beiden obersten Klassen beanspruchte allerdings allein 100 Cent-Scherien für sich, jeweils die Hälfte für junge und ältere Männer, wobei die Jungen zum Kriegsdienst verpflichtet waren und die Älteren die Stadt verteidigen sollten. Diese Einteilung regelte die für Kriegseinsätze geforderte militärische Ausrüstung. Die besitzlosen Armen, die Proletarier, bildeten dabei als sechste Klasse nur eine einzige Cent-Scherie und waren vom Kriegsdienst befreit, während die reichen Reiterei und schwer Bewaffnete stellten. Die Klassen dazwischen stellten die unterschiedlichen leicht Bewaffneten. In diesen Zusammenhang soll Servius Thallius den Zensus eingeführt haben, bei der regelmäßig das Vermögen und die Beschäftigung aller römischen Bürger erfasst wurde. Bei einer Volkszählung zählte der Senza sogar 80.000 Einwohner. Auch die älteste römische Stadtmauer, die sogenannte Servianische Mauer, soll unter seiner Regierung entstanden sein. Nach Laivius erweiterte er die Stadt um Quirinal und Viminal und baute sich selbst eine Wohnung auf dem Esquälein. Auch soll er den Kult der Diana in Rom eingeführt haben. Im 44. Regierungsjahr soll er dann auf Anstiften seiner Tochter Taille der Jüngeren, die um jeden Preis ihren Ehemann Lucius Tarquinius Superbus auf den Thron bringen wollte, gestürzt und auf der Flucht nach Hause schließlich ermordet worden sein. Sein Leichnam wurde danach angeblich sogar vom Wagen seiner Tochter überrollt. Was in der späteren römischen Tradition als ein Exemplum für ein Vergehen gegen den Vater galt.